Herzlich willkommen zurück, Leute, bei Borderlands 3. Sehe ich genauso. Mein Knack ist weg. Bis jetzt. Die letzten Folgen wurden leider zweigeteilt. Ich habe keine Schuld daran. Ich habe wirklich keine Schuld daran. Das ist alles Flowys Schuld. Ja. Das sehe ich jetzt nicht so, aber gut. Ja, doch. Wir machen mal Action, ne? Hier steht ein Psycho vor mir. Ich wundere mich, warum ich gerade bin. Peng, 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 peng. Es ist alles erlaubt, hat er gesagt. Okay. Oh, schon 450 kritische Treffer mit Sniper. Sehr schön. Sehr schön. Ich brauche ein besseres Sturmgewehr. 100% brauche ich ein besseres Sturmgewehr. Kann ich die von da, von hier aus treffen? Geise. Und friss die hier! Muss gar nicht kämpfen, ihr macht das schon alles, ne? Jo. Ich muss sagen, ich bewundere die Kalypsus dafür, wie sie es geschafft haben, jedes ungebildete Stück Fleisch dazu zu bringen, ihnen blind zu folgen. Da will ein reiches Miststück, wie ich, fast ihren eigenen Kult. Vielleicht nach meinen Geschäften hier. Es ist schon sehr arrogant, selbst zu sagen, dass man Miststück ist, oder? Jo. So minimal. LoL, warum bin ich tot? Ah, hier ist ein Badass-Psycho. Äh, wäre nett, wenn mich jemand wiederbeleben könnte. Hier ist einfach irgendwas kaputt. Hier ist nichts, was ich jetzt gerade noch kaputt schießen könnte. Zweifel tot. Ich habe gerade einen Sender gefunden, ne? Nur mal so nebenbei. Und übrigens eine Jacobs-Truhe. Sehr schön. Ist aber eklig, hier raufzukommen, sage ich euch gleich. Ja, einfach instant verreckt bin beim dritten Dauern. So, ich komme dann mal auch zu euch, ne? Jo. Aber erst mal kundig hier noch. Hier ist nämlich noch so ein Ding. Ich finde hier alles. Alter, viele Leute sind da unten. Da sind doch nur so viele Leute. Alter, wieso machen die so viel Damage? Ich helfe mal ein bisschen mit Mother-Beschuss, ne? Ich denke, dass der Mörser bei uns auch schon anmacht. Nein. So ein bisschen. Hä? Mein Mörser macht doch bei euch kein Damage. Oh, der ist der Badass-Psycho. Der ist der Badass-Kolian. Wo ist der? Aber ich habe leider keine Dings mehr. Ich habe leider keine Muni mehr. Tut mir leid. Aber ich kann den Goal- äh, den, den, den Bier benutzen. Den Bären. Könnte ich. Autsch. Hilfe. Aua. Schmerzen. Was ist denn hier? Jawohl. So. So und nicht anders. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich liebe diese Filsucherwaffe. Hallo, ich habe hier gerade alles weggesprengt. Alles. So. So und nicht anders. Hat man fast gar nicht gesehen. Ja, oder? Ich liebe die Waffe. Selbst wenn ich sie nicht mehr benutze, irgendwann hänge ich sie mir an die Wand. Die sieht awesome aus. Mal schön grüne Waffen angucken, weil... Uiuiui. Die ist aber auch gut. Haftende Gyrojets erhöhen den Schaden jeweils um 9%. Uh, das ist auch krass. Ne, die ist nicht so gut. Äh, Renner, wieso rennst du denn so vor? Wo willst du hin? Mach mal Geldkissen auf. Da oben sieht es auch aus, als ob man da hoch kann, wo du gerade stehst. So, weißt du, so viele Plattformen und so. Hm. Ich habe die Waffenkiste gar nicht gelootet, die ich gefunden hatte, ne? Hinten. Wo hast du die denn gefunden? Die ist schon viel, viel weit da weg. Die ist fast am Anfang. Echt? Die habe ich nicht gesehen. Ja. Die war auch so eklig mit so Hochspringen an der Seite und alles. Aber da sieht es aus, als ob man da irgendwie hoch kann an verschiedenen Stellen. Und dann da oben ins Haus reinkommt. Wo denn? Da, hier auf dieses Ding. Aber ich weiß noch nicht wie. Vielleicht auch gar nicht, keine Ahnung. Oh, vielleicht. Er ist zu hoch da, glaube ich. Machen wir jetzt eine erste Story-Mission oder eine erste Nebenmission? Lass du erst die Hauptmission machen und dann, oder mal, ich weiß nicht, was die, ähm, was es denn so sagt. Was haben wir denn hier? Hexengebräu. Die ist hinter uns. Trifft dich mit Azela. Wo ist die genau? Ist da. Okay. Na gut, denn, wenn du willst, machen wir zuerst die Nebenmission. Ja, dann machen wir die. Ich bin dabei. Okay. Ich hab'n Mörser. Wie doch egal. Ich habe gehört, dass du Unterstützung benötigst. Nein. Das muss wohl der neue Bode sein, den ich angefordert habe. Ausgezeichnet. Sammle ein paar grüne Sumpfblütenpilze, damit ich mein Gebräu vollenden kann. Meine kleine Trüffelsucherin Pipi zeigt dir, wo du welche findest. Aber Pipi kann die Grünen leider nicht von den Roten unterscheiden. Bring mir nur die Grünen, Schätzchen. Okay, dann lass uns mal. Was ist das denn? Der sieht ja geil aus. Der hat da gerade wie geschissen. Der ist doch so ein ähnlich, der läuft auch vor uns auf dem Schiff rum. Das wollt ihr nicht. Erstmal da lang gehen. Was zur... Ich geh' erstmal die andere Seite lang. Ciao. Hier oben ist übrigens ein Spawnpunkt, ne. Habe ich mal aktiviert. Und eine Jacobs-Truhe. Oh. Aber nur mit einem Raketenwerfer für mich. Der ist uninteressant, aber der ist fast 2700 wert. Den nehme ich trotzdem mit. So, dann gehen wir mal weiter. Bei mir ist ein Sniper drin. Schick. Okay, ich mach da mal Action, ne. Hier, wollt ihr's mal sehen? Pass, pass auf, ne. So, guck mal. Feuer frei. Ah, schön Damage machen. Boom, boom. Alles stirbt. Ich hab keine Muni mehr, so ne Kacke. Oops. Also, diese Ramtaurus, die nerfen mich echt. Weil die so krass viel aushalten, wa? Ja, und dann auch noch so richtig heftig angreifen. Lumpfblütenpilze für sie sammeln. Ähm, wenn du schon dabei bist, könntest du mir ein paar Rotkapige mitbringen. Wenn Azalea wirklich den Pakt gebrochen hat, dann wirst du noch sehr froh sein, welche zu haben. Vertrau dem alten Merle. Boah, was ist das denn? Tyranno? Warte mal. Soll ich mal versuchen, den mit meinem Bio-Zug töten? Mach mal, ich check mir den jetzt. Okay, warte. Angriff. Nice, der hält ja viel aus. Zu wenig Platz, jetzt. Okay, ich hab irgendwie ein bisschen Damage gemacht. Komm her, komm her. Du wirst mich nie besiegen. So critical, das ist immer gut. Ja, immer Rauch auf die kleinen Viecher. Rauch auf die kleinen Viecher. Keine Ahnung, vielleicht, weil du Sniper magst? Vielleicht hab ich länger aufhören, um Sniper zu sehen. Meinst du? Möglich mehr. Hm, es wär auch ganz cool, wenn man, je nachdem, was man am häufigsten benutzt, die Sachen findet, zum Beispiel. Es wär auch ganz geil. Was halt so wichtig ist, ist, wenn du von einer bestimmten Marke eine Waffe sehr viel benutzt, dann kann das sein, dass dir der Hersteller eine Mail mit einer neuen Waffe schickt. Ha, cool. Das schaffst du auch, das kriegst du auch, wenn du, zum Beispiel, ich hatte 100 Kills mit dem, ich glaub, Maliban war das. Da hab ich auch eine Mail gekriegt mit einer anderen Waffe. Naja. Heute entdeckt. Heute entdeckt. Sehr, sehr gut. Eine Kiste. Ach so, so ein Ding wieder. Ja, weil wir die Hauptquests hier noch nicht fährtfertig haben. Hä? Deswegen ist die noch gesperrt. Haben wir doch letztens herausgefunden. Das ist schon so lange her, meinst du, ich weiß das noch? Nee, nicht die Hawkers, die, die Crew-Herausforderung. Oh mein kleines Viech, wo sollen wir hin? Erzähl. Die Waffenschränke öffnen sich, wenn du alle Typhon-Lilien-Dinger hast. Müssen wir alle drei bei dem sein? Nee, ne? Ich glaube, wohl, ich weiß nicht. Ich glaub, der hat sich verpackt. Du darfst dich nicht verpacken, Mann. Grün und rote haben wir jeweils ein. Ja, wir müssen dann eben folgen. Hat jemand den Claptrap schon da? Ja, war? Ja. Toll, hat der sich jetzt echt verbuggt? Hab ich ja gar keinen Bock drauf. Müssen wir die Sitzung wahrscheinlich nochmal neu starten wieder. Ach, nö. Warum denn? Oder wir machen erstmal die Haupt und kommen wir eh wieder. Weil wir müssen ja eh nochmal hierher wegen der Kiste. Ja, wirkt er sich aber wahrscheinlich trotzdem nicht weiter. Weil wir die... Die treiben die Lialogs, Finn. Woher weißt du das überhaupt? Weil ich das herausgefunden habe. Was für Lialogs? Hä? Treiben die Lialogs, Finn. Du sagst mir immer noch nix. Das sind diese Audio-Logs, die man finden kann. Also die anderen grünen da, Dinger. Das sagst du schon nur mehr. Von dem ersten Kammerjäger. Hoff. Hoff. Wenn man davon halt alle in dem Gebiet gefunden hat, kann man halt die Waffenkiste von ihm öffnen. Na toll. Hat er sie? Geht nicht. Super. So ein Scheiß. Scheißvieh. Ich will, dass du stirbst. Kackvieh. Was machen wir? Neu starten oder Hauptmission? Ähm. Wir können ja erstmal die Haupt machen. Nein, ich glaube, wir kommen hier nämlich sowieso nochmal runter. Aber wenn ihr euch die Map mal anguckt... Ich weiß nicht. Wir haben da auch noch ne Hauptquest oben. Weil ich glaube, das ist nämlich das Anwesen, das was über uns ist, ne? Ja, das sieht so aus. Und da gibt's noch nen Weg, wo ich grad lang gelaufen bin, der hier runter in die Höhle führt. Ja, stimmt. Dann lass uns das doch so machen. Nehmen wir jetzt die Hauptquest und kommen ja eh hier lang. Mehr oder weniger. Die Frage ist nur, ob wir vorher nicht doch einmal neu machen müssen, wegen der Quest hier. Dass die sich halt resetten tut oder dass die sich automatisch resetten. Keine Ahnung. Dann kommen wir ja auch mal hier noch mal. Ja, kommen wir nicht durch. Ach ja, dann machen wir ja auch. Ich glaube, das ist der Weg dann zurück. Kann ich die Quest auch abbrechen? Ja, kannst du auch. Ich glaube ja. Ich wüsste nicht wie. Geht da nämlich nicht. Questblock. Echse und Gebräu. Ich hab jetzt erstmal die Hauptquest wieder aktiviert. Hm. Also hier ist voll viel, was immer noch nicht gelootet ist. Manchmal frage ich mich echt, was ihr so macht. Voll viele Schränke und voll viele Tresoren mit Geld noch nicht gelootet. Mann, 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 Mann. Einmal Profis hier. Ich stelle mir halt immer noch vor, wie katastrophal das ablaufen würde, wenn es auf Anti-Koop wäre. Hier gibt es wieder so ein komisches Ding, was wir noch nicht lesen können. Weißt du, Alter, ist voll krass, dass wir da jedes Mal nochmal hingehen müssen später, ne? Ja. Naja, war es. Die Frage ist, was kriegen wir, wenn wir alles geliebt haben? Hm. Gibt es denn irgendwas Krasses? Wäre zumindest cool. Hat sich richtig gelohnt, hier hinzugehen. Warum stirbt mein Vieh schon wieder? Bist du schwach? Keine Ahnung. Leider ist auch tot. Oh, fuck. Siu? Leu, hier ist ein Boss, ne? Hier ist ein Boss. Macht mal den Boss. Ich hatte gerade selber zu tun. Macht mal den Boss. Boss ist tot. Sein eines Gesicht ist so krank wie das andere. Zwei Wesen, ein Kram. Ich bin unbesiegbar! Du bist überhaupt nicht da oben. Was auf, ich treff dich von hier unten. Von Kocke. Klatsch! Läuft's. Ah, Gott, ey, ist hier was los? Wo habe ich denn jetzt dieses scheiß Symbol da die ganze Zeit? Direkt immer noch auf dieser dämlichen Brücke. Lol, wo seid ihr denn? Hä? Ja, wir haben hier einen Boss getötet, ne? Ich dachte, ihr seid da, wo ich bin. Nein! Wir haben hier einen großen Boss getötet. Und wundern mich die ganze Zeit, warum ich hier sterbe und euch nicht sehe. Oh. Aber der Boss hat irgendwie nichts fallen gelassen hier, der Dicke. Ich habe die ganze Zeit dieses Mörser-Symbol. Ja, in hier liegt eine weiße Shotgun lag jetzt hier für mich. Ja, für mich lag da zum Beispiel gar nichts. Aber, hier gibt es wieder den Jacobs. Was haben wir denn hier? Oh, du bist ja hübsch. Dich nehme ich mal mit. Kann nur gut sein. So, ich bin jetzt auch hier. Irgendwie nervt mich dieses rote Ding, was ich hier die ganze Zeit habe. Weil in der Kiste ist eine blaue Granate drin. Krass. Ich bin fast in der Villa. Es gibt hier eine ziemlich enge unterirdische Passage. Das Gebäude hat mehr Eingänge als eine Hure in einem Bordell für Tintenfische. Wenn man keinen Wert auf Bewegungsfreiheit legt. Warte, was? Beim Thema Pater fällt mir ein, während du Aurelia ablängst, werde ich den Bühnensaal im Theaterflügel durchsuchen. Mein Vater hatte ein Arbeitszimmer unter der Bühne versteckt. Wenn es einen Hinweis auf den Kammerschlüssel gibt, dann dort. Mach ne Jacobs. Ja. Kann man bestimmt mitarbeiten. Werden wir später alle Waffen angucken. Ne, komm. Wir fahren wie ohne dich. Schönen Animo! Jawohl. Alter, was ein großes Haus. Was ein schönes Schönes. Wahrscheinlich der letzte. Oh, hier ist Eridium. Hier ist eine Eridium-Truhe. Ich habe übrigens noch so ein Ding gefunden, ne? So ein Audio-Log. Eridium-Truhe? Ja, so eine Troll, die halt mit Eridium-Truhe wachsen ist wahrscheinlich. Ja. Oh. Schick. Nur grüne Sachen. Ach, halt hier unten habe ich jetzt noch vorhin fast den Boss getötet. Knapp, ne? Ja. Ja, genau. Du sagst, ein Audio-Log habe ich gerade noch gefunden. Ja. Aber, ne, uns fehlt immer noch eins. Wahrscheinlich ist das im Anwesen, schätze ich mal. Da hinten sehe ich noch Eridium. Da hinten, irgendwo, da, da, da. Kann sein, dass ich da jetzt stehe. Ja. Zielwasser. So. Aber, ne, ne, die Folge ist schon wieder zu Ende. Na, 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 na. Alter, das Anwesen ist schon groß. Kann man sagen, was man möchte. Ich warte noch, bis das Audio-Log durch ist. Ah, das ist durch. Gut. Dann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. At. Ja. Gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.